Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Komme schon, nur einen Augenblick. 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 Gebt mir Feuerschutz, solange ich nachlade! Jetzt zeige ich euch mal was, Arschlöcher. Seht zurück und sieh nach, ob er da drüben ist. Findet diesen Motherfucker! Ja. Ich hab ihn! Scheiße! Wie ist er nicht vorbeigekommen? Er ist hier, er muss hier sein. Okay. Ist er nicht hier gekommen? Okay, ich hab ihn schon hierher. Sieh mal an, was ich gefunden habe. Ich geh in Deckung! Du bist geliefert! Geh um ihn rum! Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Da! Madison-Sack! Oh, keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Ich hab ihn entdeckt, Jungs! Ich hab ihn entdeckt, Jungs! Ich hab ihn entdeckt, Jungs! Munition ist alles! Jemand muss diese Barclay-Motherfucker kennen! Ja klar! Ich bin gleich da! Ich geh in Deckung! Willst du mal drüben nachsehen? Ich geh in Deckung! 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 Jetzt kriegst du's mit mir zu tun, Kumpel! Ah, fantastisch! Scheiße, keine Kugeln mehr! Scheiße, keine Kugeln mehr! Scheiße, keine Kugeln mehr! Scheiße, keine Kugeln mehr! Scheiße, scheiße! Wisst ihr, ich dachte wirklich, ich könnte das hinbiegen! Schätze, du lagst falsch! Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Das kommt mir bekannt vor. Beim letzten Mal hast du auch schon einem anderen einen Bezirk zugeteilt, den ich gesichert hatte. Das ist ungerecht, dass das nicht nochmal passiert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.